Hi, ich bin Christopher Philippecki und studierte Musikwissenschaft. Im Bachelor hatte ich als Zweitfach Germanistik, im Master habe ich nur Musikwissenschaft studiert. Abgeschlossen habe ich den Master erfolgreich 2017. Musikwissenschaft in Münster zu studieren war wahrscheinlich die beste Idee, die ich hätte haben können. Die 6,5 Jahre, die ich dort verbracht habe, habe ich immer sehr genossen. Das lag einerseits an den Studierenden, andererseits aber auch an den Lehrenden und ganz besonders an der Atmosphäre, die im Institut herrscht. Mir war von Anfang an klar, dass ich am Ende des Studiums keine klar definierte Karrierebahn einschlagen werde, sondern stattdessen viel Eigeninitiative zeigen und mich einfach ausprobieren muss. Das kam mir persönlich aber super entgegen, da ich mir total lange überhaupt nicht sicher war, was ich eigentlich richtig machen möchte. Musikjournalismus war jedoch immer ein Plan, weswegen ich als Zweitfach auch Germanistik gewählt habe. Nach dem Studium habe ich Erfahrungen im Bereich Marketing gesammelt und als Deutschlehrer für AusländerInnen gearbeitet. Zusätzlich war ich eine Zeit freier Mitarbeiter beim Radio. Das Wichtigste jedoch, ich habe mich Anfang 2018 dazu entschieden, für einen Musikblog zu schreiben und habe seitdem sehr, sehr viele Alben rezensiert, Konzertberichte geschrieben, Musicalberichte und Showberichte, aber auch Interviews geführt. Kombiniert mit der Erfahrung aus dem Studium war das mein perfekter Game Changer. Ich bin nun Redakteur bei Lansing Media, einem der größten Verlagshäuser NRWs. Wahrscheinlich kennt ihr die Münsterland-Zeitung, die ist auch von uns. Meine Hauptaufgabe ist allerdings der Colibri, das größte Stadtmagazin Deutschlands. Ich bin die Redaktionsleitung und darf somit entscheiden, was monatlich in das Magazin reinkommt. Gerade in Kombination mit dem Blog, für den ich immer noch schreibe, fühle ich mich unglaublich erfüllt. Ich bin kreativ und eigentlich dauerhaft nur mit Dingen beschäftigt, die mich auch privat interessieren. Somit fühlt sich Arbeiten fast nie wie Arbeiten an. Ich kann jedem, je der von euch, nur empfehlen, eurer Leidenschaft nachzugehen. Ihr werdet in der Musikwissenschaft mit absoluter Sicherheit etwas finden, wofür euer Herz schlägt. Auch wenn ihr gerade denkt, dass das, was ihr tut, zu nichts führt. Doch, tut es. Haltet durch, ihr werdet irgendwann dafür belohnt.